Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey und es wird immer spannender, so viel ist sicher. Wollen wir mal gucken, was der Aufpasser, der alte von Ardus, bereit hat. Und? Wo ist der Junge? Ardus. Bist du sein Ardus? Allerdings, ich... Ich bin Ardus. Erinnerst du mich denn nicht? Erinnerst du dich nicht an die gemeinsame Zeit? Die Geheimnisse? Halt mich nicht zum Narren, hör... Wer erzählte dir von... Es ist nichts Persönliches mit den beiden. Tod? Rate, was passiert, wenn du es mir nicht erzählst. Na gut. Aber... Und? Wolltest du... Der Kult ist gleich hier. Die Straße hoch. Lass mich gehen. Der Kult? Zeus wird über dich richten. Dankeschön. Der alte Mann lebt. Ich sollte mich im Tempel von Festus umsehen. Da war dieser Schatz angeblich, ne? Ja, da drin. Ho shall we gleich hoch? him. Oh, was solltest du? da ist der alte mann zwischen den wachen ja hier aus der alte mann ist hier antiketabel ist ja alles klar und kisten wachen zumindest das tafel komm steh auf vielleicht sterben sind doch sowas von übertrieben oder ich habe alles gesagt was ich weiß warte wer bist du aber das schickt mich der junge den göttern sei dank verschwinden wir bevor sie zurückkommen die kommen nicht zurück die sind tot was ernsthaft noch will schweinen ja ich komme doch schon wo läufst du hin ich frage äh läuft doch jetzt gerade eiskalt im kreis what the fuck niemand wird obwohl ich ab und zu mit dem gedanken das ist dafür bekannt selbst den stärksten ich suche einen zugang ins lab ich weiß dass warum wollten sie als die überlebenden vor der bestie flohen ließen sie warum glauben sie aber weil er sie hat ich habe versagt jene die dich folterten gehören zu einem mächtigen ko du kannst dich noch mit so klug er auch ist er braucht ihr er braucht er will mich nicht einmal versuch es war ja noch einmal zu der scheibe der junge art verspricht mir nur dass du auf ihn bei mir ist er sich ich würde Ardors fragen ob der alte man die wahrheit sagt ok kati dann habe ich da hinten noch den oktopus ja richtig jetzt ja aber ich habe das gefühl schnell reise ist immer noch schneller und stadt aus von der ruine aus also viel zeit sparen wie es geht ich habe das gefühl es macht richtig spaß wirklich erst mal früher ausgefunden also jetzt sonderabend ich muss morgen aber ich habe jetzt mehr viel zeit alter kostet gerade ein bisschen mich ein bisschen an euch gerade so richtig das verschlingen möchte inhalt ja 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 Diese Fischer sollten etwas über den Schwert. Ich suche den Schwertfisch. Ich weiß von nichts. Fischer, ich suche nach dem Schwertfisch. Alles klar. Wo ist er? Er hat Gerüchte, er kontrolliert. Es ist alle. Ich werde ruhig kommen. Ich habe Befehle. Wer über den... Ich bring dich um! Jetzt! Oh! Oh. Aber wenn er Befehle hat, hat er bestimmt auch anfahren, oder? Nee. Weiß hier irgendjemand noch etwas? Irgendjemand gerade ist Information. Hi. Der Streitkopf ist... schon hätte ich halt den fischer da vorne machen was ist passiert mein mann wird vermisst du musst dir in vier hatten ich rede bitte ich suche oder hinten hin jetzt kann ich die erste straße hier rufen oder man an bord wir legen ab doch deine reise hat mysterien vielleicht sich nie verschließen. Vielleicht wirst du etwas Gedenkendes. Ich bin deine Schiffsführer. Und ich will anrufen und bestimmt wo er schiebe. Niemals. Ganz bestimmt. Die Dialoge mit den Zöltern ist ziemlich geil. Oder heißt es, wenn du mit der Familie, die jetzt auf dem Schiff hat. Kann ich verstehen. Aber wenn die sich wiederholen. Und trotzdem ist es mal geil zu hören. Die Adresse ist ein mächtiges Schiff. Wenn ihr Seeleute seid. Macht schneller! Geht weiter! Sie gesessen! Tu da ins Wasser! Oh ja, da findet ein Kampf statt. Nein, nicht. Nein, nicht. Du kommst mit der Kaffee ab? Du kommst! Welche Frau hat mich geschehen? Wo seid und sei dankbar! Wir müssen sofort weg. Ich bin direkt hin. Na, heute dürfen wir noch in den Saberint gehen können eigentlich von der Zeit her. Wow. Oh, man. Macht die Ruter bereit. Wir reichen hier. Na, ich vor ihm etwa. 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 Ich vor ihm etwa. Ich vor ihm etwa. Wie kann ich dir... Wir haben bereits Schulden beim Schwertfisch. Erzähl mir von dem Schwertfisch. Allein sein Name. Ich sah ihn zuletzt vor vielen Jahren in der Nähe des Leuchtfeuers. Doch man spürt seine Anwesenheit üblich. Ich sehe mir die Gewässer bei dem Leuchtfeuer an. Okay, die Quest hat sich jetzt abgeändert. Deswegen kein neuer. Äh... Dann noch einen Fischer zum helfen. Und Hi. Dann lass mich noch irgendwo, ja? Ganz um. Nein! Ich bekle dich. Ich brenne euch. Welch? Fuck. Nein! Ich brenne euch! Du, du! Du! Du, du bist leger. Ich fache dich! Gibt es da jetzt noch eine Fische-Quest? Nicht wirklich. Gibt es da noch Fische? Ich will da noch einen Hinweis. Was war das mit dem Bräuch? Muss auch eh jemand noch geben, der was weiß oder einen Aufnahm für mich hat. Die an der Bucht helfen. Was selten zur Bucht? Ach generell, also das... Ich will auch noch zählen. Mal schleichen. Mal gucken. Na komm. Buschern. Den Göttern seid da. Was ist denn los? Stürme und die ungebändigte Se... Habt ihr es mit einem Opfer? Ein einfaches Opfer wird ihn nicht... Klingt als... Ich brauche sie nicht für Poseidon, sondern den Schwertfisch. Schwertfisch? Er will, dass wir jeden Monat dieses Ritual... Mehr kann ich nicht sagen. Und wenn ich darauf besch... Dann bestehe... Du besteht... Nein. Weißt du wo... Bei Bandit östlich ist und... Gut. Ah, wie hat die Kisti? Wir müssen Bandit auch immer als Klon. Da wären wir. Und weiter. Ich muss mich verstecken. Nee, wir gehen als jetzt... Schuermangriff. Hi, ihr Mongols. Zack Kaboom Muss ich hier raus oder ist es dann nur ein Ausgang wieder? Okay, ist nur ein Ausgang. Wieder Runde. So, da geht's auch weiter. Kräfte? Ja. Das muss die Axt sein. Sieht nicht aus, als wäre sie zu gebrauchen. Ich darf hier drinnen nicht teleportieren. Hup, schup, schup. Hup, schup, schup. Hup, hup. Ich meine, sieg jetzt. Hup, schup. Hup, schup. Hup, schup. Hup, schup. So. Einmal schnell reist darin. Messie. Also ich muss ja noch drei Artefakte finden. Wenn die anderen zwei Artefakte auch mit sowas geilen verbunden sind, dann gg. Kann natürlich sein, dass es dann weniger ist. Dann habe ich das erste Artefakte auch einfach aufzutreiben. Hm. Hm. Was? Du hier noch. Was? Er ist dir. Er bringt mich um. Ich töte dich. Der Schwertfisch hält den Fischmarkt in seiner eisernen Hand. Verrate ich. Erst letzte Woche sagten einige Fischer. Rate wer jetzt tot ist. Ich gehe das Ries. Er lebte beim Leuchtfeuer der Fischer im. Die Axt. Du kannst sie nicht verkaufen. Gib sie zu. Na da. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Da unten ist ein Söldner. Scheiße. Hi. Jemand sagt Blut für deinen Tod. Was soll ich tun? So. Da ist sein Versteck. Also okay. Da gibt es noch ein Schiff. Cool. Dann nehme ich das nämlich. Also mehr auf Schiff gibt es hier. Alter wer. What the fuck. Alter. Er tut die Dinge auch da hinstellen. Alter. Alter. Vollgas. Das ist es. Abgang. Weiß was er heißen. Aber wir tauchen nicht unter. Ah. Hier sind auf dem Fall ein paar Leichen. Bei den Göttern. Was geht hier vor? Schwertfisch. Ah es geht hier weiter. Los. Wir sind dumm jetzt gewesen. Sie finden mich. Sie finden mich. Sie finden mich. Die Haie brauchen. Demos. Ich wusste du kommst. Ob er sagt er ist ein Kultist. Hund. Hund des Kosmos. Nee. Willst du mich beißen? Ich will dir dein. Glaubst du ich hätte mich hier? Ich bin hier wegen. Ich gehe nicht zu. Was ich dem Kult ausschulde. Du willst das Artefakt? Geh und hol es dir. Einmal Kultist im. Was willst du dann von mir Demos? Antworten. Und du wirst. Was ist passiert? Der Minotaurus ist passiert. Aber Nikios. Der Kult des Kosmos. Aber nicht das. Wie bist du hier? Ich verstecke mich. Ich kann mich nicht mehr zeigen. Und die a- Du bist verr- Wie bist du in das? Nikios hatte den Schlüssel. Du kannst nicht dort hinein. Du unterschätzt das hat Nikios auch. RAAAAAAAH! Ich verfützere dich an die Haie! Nee wirst du nicht. Ohohooo! auf jeden fall schöner kampf aber ich muss alle gewinnt überlebt und er war ein kultismitglied ja geil ich werde ein gebrochener mann verfolgt von minotauros bis zu momentan neue arm schienen Ich möchte jetzt ins Labyrinth Ich gehe mal oben hin. Oder ist er unten? Ich gehe mal oben hin. Ich weiß nicht ob der oben wartet, an der Kiste, oder ob er unten am Labyrinth Eingang ist. Auf gehts vor was. Du. Ich schwöre, ich habe sicher. Der alte Aufpasser sagte du. Du. Was? Er hat mit dir geredet? Nein, hat er nicht. Und was ist mit dem Sammler? Der erzählte auch nicht. Ich war mir ganz sicher, dass er was weiß. Hör mal, der alte F... Warte, warte, warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast sie... Er sagte der Sch... Oh, ich weiß wo die Sch... Und was für einem Schlüssel? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, hab ich... Moment. Was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Lab... Oh, du meinst das alte Ding? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man ein... Oh, und was? Wenn wir die Scheibe in die Stähle stecken... Und dann kommt der... Und... Du wirst auch mein Vater. Das habe ich dir doch versprochen. Du bist wirklich die Beste. Dein Vater und ich sind... Gehen wir zum Eingang und... Sieht aus wie ein Teil von Tesos Rüstung. Was? Was sieht wie ein Teil von der Rüstung aus? Oh, ich bin jetzt so gespannt. Ah, das? Ja. War jetzt... Drei Teile? Fragezeichen. Nein. Nein. Nicht alle Teile. Ja. Nicht alle Teile. Ja, waren wir auch. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig Das ist nicht Minoisch Was ist das? Unglaublich Er ist echt Bei den Göttern Geil Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand Mal sehen, wohin er führt Das war eine Kreatur des Zorns Das muss Nikios sein Ein Ring Den wird Ardus haben wollen Arme Nikios Okay, geht's nicht weiter Und dann geht's auf die Kreatur des Zornes Und dann geht's auf die Kreatur des Zornes das ist nicht ein gegner natürlich fragen was für eine wilde hat hat 43 Ich hab die eigentlich totes Pfeil hier, vier Stück. Okay. Aua. 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 Oh, er ist geschwächt geblieben. Okay. Das ist halt noch mehr aus, Junge. Okay, er hat eine zweite Phase, okay. Aua. 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 So, jetzt heilen. Das Problem mal holen. Aua. 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 Steine auf mich geworfen, Alter. Was für mich. Komm da, Alter. Oh, jetzt soll das ein Untergang sein, oder? Ja. Was für mich. Ich hab dir nie mehr Kampus getötetet. Nur kaffier du stolz auf mich. Aua. Aua. Und zwar auf mich. Und zwar nicht an den Kapus. Mach dir nur noch mal vorbei, oder? S-Stabiisis. Ich komme wieder immer so ab. Das kannig auf dich lassen. Bei dir nicht. Das appoint, was man es dir so. Ungefähr. Ab Gods Jehow sagtere constit es N combien die heb. ��- Regierung. Es tut geht derr Flagst. Kross. der minotauros ist tot wo es pater ich suchte im labyrinth ich habe ihn nicht gefunden außer mir hätte da und niemand ein pater war schnell und sehr klug wenn es vielleicht ist er entkommen ados er kommt nicht zurück du hast doch gesucht wenn du ihn nicht finden kannst muss er rausgekommen oder vielleicht ist er herausgeklettert nein dein vater hat dich geliebt ich habe angst ihn zu vergessen ich will ihn aber nicht vergessen nimm das hat das ring hat dank danke wir sollten von hier was wirst du jetzt tun ich weiß es nicht sollten ohne pater ich weiß nicht vielleicht findet ihr gemeinsam das denkt daran du bist nicht alle halt ich aus ärgert weiß dass ich das nicht verspricht ich werde schon dafür sorgen vielleicht finden wir ja neue schiffskalitionsfigur ja sind irgendwie irgendwie edle aus die achse interessiert mich naja wenn er fährt minus 1 an den kosten für hochleistung angriffen da ich kann jetzt hochleistung angriff für zwei italienbalken das ist ja auch noch voll episch aus alles der erfolg amazing victoria mace alle ja klar das ist eine fette axt quest ab und getehrer und lesbos was ist denn getehrer war ich da auch schon ja lesbos ist nicht so groß da willst du wahrscheinlich schnell finden können es gibt größere inseln ja oder wie heißt es der akte akte kiosk ramellos rinder akkoles lakonien ja doch hier da ist noch was versteckt ernsthaft ok dann mach ich mal kurz eine schnellreise hin ich hab so ein paar vermutungen zum beispiel da oder so noch wer weiß muss ja dann markiert sein als ihm so ein klitzerndes sagezeichen oder sowas wie fett ist denn das das war jetzt echt geil so ein kampf gegen so einen mystischen minotaurus alter ich hole auf jeden fall noch den aussichtspunkt da hinten auf geht's vor was und los geht's so ein siedler höhle alle fragezeichen aufdecken da hinten ist irgendetwas also kein tempel soll es sein so ein spät ich bin mhm ich habe nur eine ruine, eine normale damit ein paar gegner gleich mal meine axt ausprobieren macht massiven schaden easy besser ja das muss ja irgendwie abgelegen was das sein vielleicht da oben ich guck noch was da oben ist ansonsten mach ich eh dann gleich zu ende wir haben jetzt das ding gehabt minotaurus was könnte noch kommen was passt noch so zu der zeit ich habe echt keine ahnung was noch kommen könnte weil ich habe anfangs auch klassen der artefakten weise menschen die von artefakten sind ja dass wir jetzt vielleicht ein bisschen stärker sind aber wir sind der problem verendet Da 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 Toll gemacht Phobos Vielleicht halt mal komplett Falschen Ah Oh hier gibt es noch einen Schatz zum Plündern. Aber wo ist der Schatz? Da? Ja. Nur noch mal für mich selbst als gegen der ich richtig bin. Die Terra, ja. Hier ist noch ein Schatz. Ich die Ohna. Ach, man riecht in die Welt oder Menschen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es ist. Nee, ist wieder was anderes. Kann er nicht mehr dazu gehören. Doch, gehört noch dazu. Komm. Reine Neugier jetzt wirklich. Wir gucken, was er unten ist. Das ist jetzt ziemlich offensüchtig dann irgendwie. Wenn das nämlich noch Teil ist, ist doch so, dass da was ist. Der wurde ein Schiffchen. Der hat da. Perfekt, Alter. Das ist ein normales Lager. Alle. Tag. da gibt es einen mysteriösen hülleingang naja und abgeschlossen was ist das für ein ort ok das hülle oder wenn er in und eine schatzkiste drin es kann ja kurz reingehen ok es ist eine kiste einfach nicht aus teleportieren na gut ich werde mich weiter zu begeben und wenn ich was finde melde ich mich wieder see ya